Musik Kollege, wie ist die Lage? Der Webler hat sich angekündigt. Der Webler kündigt sich nie an, verdammt! Ja, aber diesmal hat er seine Karte hier gelassen. Tatsache! Hier steht, am Samstagabend, wenn alle mit dem Main-Konzert zugange sind, werde ich euch das Wertvollste stehlen, was diese Con zu bieten hat. Gezeichnet, der Webler. Hat er wirklich mit der unterschrieben? Ja, hier. Tatsache! Das Wertvollste, was die Connichi zu bieten hat. Die Ehrengäste. Ja, die kommen doch überall anders auch hin. Die Tanzgruppen. Mach dir doch nicht lächerlich. Die Besucher. Ja, wie soll er das anstellen? Ja. Shinji Schneider! Sechster Stock hier muss es sein, haben Sie gesagt. Mal sehen. Äh, ja, hier, hier ist es. Mach vor. Sind Sie dieser Schneider? Ähm, ja. Kommissar, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Er kam direkt auf uns zu. Oh, ja. Oh, ja. So. So, was machen wir eben? Jetzt warten wir auf den Webler. Hm. Aber warum haben wir den Shinji eigentlich gefesselt? Das ist zu seinem eigenen Schutz. Ah, aber warum mussten wir ihn dazu auch noch knebeln? Das ist Shinji Schneider, das ist zu uns am Schutz. Ah, aber warum haben wir ihn noch mal in dieses blaue Kleid gesteckt? Oh, er kommt zu sich. Gut. Herr Schneider, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind der sogenannte Köder für den sogenannten Webler. Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Verstehe, ich bin sofort da. In der Auktion treibt einer die Preise hoch. Ich muss sofort weg. Okay. Chiwara hier. Ja, aber das Tore-Treffen war doch erst für viel später geplant. Ja, wenn es sein muss, ich komme halt. Und dann habe ich mir noch ein Autogramm von dem Geinachstypen gehört. Oh, geil. Oh, ich habe einen Typen in der Auktion voll gefällig gemacht. Oh, das wird dem Commissioner aber gar nicht gefallen. Wir sind so im Arsch, Mann. Herr Webler, ich habe nur eine einzige Frage. Bein Leben! Bein Leben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017